Ich fahr einfach raus, juck mich nicht! Kommt herr! Ah! Transformieren! Hallo! Halt's Maul! Ich geh nicht back! Ich bin grad mittendrin! Kommt herr! Das ist so viel Merse, als ich kann. Der mit Beef, der. Ich seh das schon. Was von da? Woher kommt der Schaden? Da! Oh oh! Oh oh! Ich kassier grad! Das gefällt mir gar nicht! Ich pushe her vorwärts, Mann! Gib' ihn! Das kann der gar nicht mehr leben! Er lebt noch! Clear! Warpath! Beat' mich auf die Tür zum Center! Optimus hat's drauf! Boah, Leben! Das war kein Leben! Das ist Munition! Ich muss ihn, umhörig zu nehmen! Beide. Du sagst, ich bin nicht beides? Optimus! Scout-Support der Decepticon-Dropship kommt in heiß! Sieht sich, dass der Dettpack warten muss. Autobots, nehmen die Defensiv-Positionen! Optimus! Du willst die Dippe auf den Schaden? Ich bin auf! Alles klar! Das da! Was denn? Ah jetzt Alles klar Ich hab das unter Kontrolle Ist gar kein Problem Easy Das war grad so was von easy Das ist die geballte Ladung Action mit Daniel LP Die haben gar keine Chance einfach Die armen Säcke Was hier grad haut Weg 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 Optimus Weg Nein Offline Scheiße Ich will auf easy Ist mir zu hart Mann was war denn das grad Das ist doch Nicht mehr normal Du bist noch gar nicht on it Jetzt bist du on it Mann Das glaub ich dir gerne Optimus Ich geb dem wieder Easy Ist gar kein Problem mehr Wir sollten da bleiben Ist schlauer Da kommen sie Die Säcke Der gehört zu uns Ist alles klar Alles klar Ich muss mich gar ein bisschen konzentrieren Ich verstehe mich nicht wo die Gegner sind Da sind die Ja lol Die Musik ist richtig Apeach Wollte ich dir mal anmerken Ja Weil so ne Musik hat man nicht in jedem Spiel Mein ja nur Das erinnert mich Das Ding was ich da grad fahre Diesen Optimus Prime Erinnert mich grad Voll krass An das neue Batman Mobil Ja In Batman Arkham Knight Ich kann das genau so bedienen Schau Das ist krass Alter endlich Kann ich jetzt hier Entschärfen Ja hau rein Ich kann das 2 Boom Lol Ganz vorsichtig Ja Ja hau es doch einfach rum Ah Alles netz Oh Gott Ey Warum nicht hier Alter Ich komme Was ist los Äh Wir haben ein Stromproblem Hauptsache Mir zeigt der Kristall an Wo sie wahrscheinlich ist Oder Alles klar Hab ich sie Hab ich sie Ja Ne warte mal Alter habt ihr das grad gesehen Wieder gestorben ist Das war nicht gut Hab eine Hab eine Ja Genau Das soll es tun Und da sind sie Ich habe Artillerieuniten throughout dieses Komplex die wir nutzen können um die Megatron Anstrengung Ich habe versucht diese Weapons online aber sie sind ziemlich alt Und wir haben nicht genug Energon Alles was wir haben ist während der Ark Können wir irgendwelche davon und noch launchen Es ist wert Einmal Wir müssen manuell die Kraft von der Artilleriegun Ich kann es von hier Ich kann es nicht Optimus Wir haben Kanz nicht von hier Stay online, Preceptor, and guide me to the first Artillery Unit. Roger, Vat Prime. Ah, das ist gut. This will help the war effort. This will help the war effort. Rockets! Return fire! He won't hurt anymore, Autobahn. Return fire! No! Keiner gewinnt gegen Optimus Prime. Niemand. We find it all clear. Seal the door behind me. All right, Optimus. To get to the first Artillery Unit, you'll need to head through the engine room. That's where we assembled the Arct Boosters. I remember. Your path should be fairly clear. All of that machinery will have been moved by now. All that is left now is the city's old foundation pumps. Move it! They're about to get overrun! It's Optimus! All right. Alter. it's a Russia city now done! where did he go? It didn't work. the Molly's blue upgrade cuttingura has been back. Nice. A- Και-es Mädels. Get back! Hey Ada! Das ist schon Krieg hier, ne, merkt man schon. Haarige Stimmung haben die hier, haarig. Noch welche irgendwo da. Ich fühl mich grad voll wie Batman, ohne Scheiß jetzt.